Soweit Freunde, es wird jetzt das zweite Workout hier im Homegym durchgeballert. Let's go! So Freunde, und jetzt nach dem Training grillen wir ein bisschen mit Freunden, also wir gönnen uns eine kurze Auszeit. Ja, darf auch mal sein, ihr wisst, wir essen generell wenig Fleisch, aber hin und wieder gönnen wir uns eine Grillerei. Da freuen wir uns jetzt drauf. In diesem Sinne Freunde, Mahlzeit!